Nachdenkseiten Ich weiß, wer Diktator ist, ich weiß, wer der Virus ist, ich weiß, wer gut und böse ist und richtig und falsch. Und fertig ist die Welt. Aber die respektiven Parlamentsberichterstatter, die für T-Online oder Spiegel in der PPK sitzen, haben das Thema nie angerührt. Weil das ist tatsächlich etwas, wo diese Nähe zur Macht besonders relevant ist. Das ist im Grunde irre, weil du auch da wieder nicht guckst, warum ist denn das so? Warum wählen denn Leute AfD? Das ist doch die eigentlich viel interessantere Frage. Na klar. Vielleicht müsste man daran gehen. Und wo liegen denn die Ursachen dafür, dass Leute AfD wählen? Hat es vielleicht auch was damit zu tun, mit der Politik der Regierenden zu tun, die die letzten Jahre betrieben worden ist? Guten Tag, liebe Zuschauer. Sie sehen mich hier, Gabriele Gysi, zusammen mit Florian Favik und Christine Préon. Und wir sind sehr froh, heute Christine Préon zu begrüßen bei Wir drehen durch. Wir drehen durch auf jeden Fall und wollen die Realität zur Kenntnis nehmen. Darf ich bei Kunst noch vielleicht kurz reinkriechen? Weil auch bei unserem Vorgespräch, also bei Vorgespräch ist vielleicht ein bisschen viel, das war ein 30-minütiger Gabriele-Monolog oder Laudatio auf dein Buch. Aber da ist mir schon aufgefallen, dass sie dich auf jeden Fall hier sozusagen als Künstlerin sieht. Und bei mir ist es also, glaube ich, das Interesse an Ihnen als Zorn Politikon, also Sie Préon als politisches Wesen. Und wenn du schon sozusagen diesen Aufschlag gemacht hast zur Heute-Show, würde mich interessieren, Sie sind ja auch im Kontext der Corona-Maßnahmen und der entsprechenden Widerspiegelung der Heute-Show gegangen oder haben sich zurückgezogen. Könnten Sie vielleicht kurz umreißen, wie das Selbstverständnis damals war? Falls das nicht zu in die Tiefe geht in diesem Team, also waren Sie da tatsächlich sozusagen die Einzige, die da kurz geschluckt hat und gesagt hat, hey, wieso wird jetzt plötzlich nur noch nach unten getreten? Also um uns vorzustellen, wie homogen sozusagen diese Sendungs-Community da auftritt. Ich befürchte, dass ich da keine besonders befriedigende Antwort geben kann, weil meine Entscheidung, nicht mehr mitzumachen, war eine Entscheidung, die ich alleine getroffen habe, ohne auch zu wissen, ob es anderen so geht wie mir. Klar unterhält man sich auch, aber das sind dann eher kurze Gespräche zwischen Probe und Probe oder zwischen Probe und Aufzeichnung. Gerade in der Corona-Zeit war da nicht viel mit Austausch. Wir sind teilweise auch da, es war nicht so der Ablauf wie sonst, sondern wir sind im Grunde nur gekommen, haben schnell aufgezeichnet und sind wieder weg gewesen. Also der Kontakt war so auf ein Minimum reduziert, dass da auch wenig Austausch stattfand über das, was eigentlich insgesamt gerade los ist. Ich weiß nicht, wie vielen Kollegen es möglicherweise so wie mir ging oder ob da Sichtweisen ähnlich sind. Ich kann was dazu sagen, wie das Prozedere dort ist. Also das hat ja eigentlich, ich bin ja nicht wirklich maßgeblich daran beteiligt, wie die Sendung gestaltet wird oder wie meine Szene nun abläuft. Es gibt ein Autorenteam, es gibt eine Redaktion, es gibt Leute, die sich dort zusammensetzen und beschließen, welche Themen nehmen wir rein, wie wollen wir die darstellen und da tauschen die sich darüber aus. Dass wir natürlich trotzdem auch miteinander reden, wir Darsteller oder auch zusammen mit Oliver Welke, dass wir uns austauschen auch mal darüber, wie wir die Dinge sehen. Klar, logisch, ist aber nicht Bestandteil der ganzen Woche, die auf so eine Sendung hin arbeitet. Ich komme dann nur und mache meinen Part. Aber eher als Darstellerin. Ich als auch politische Kabarettistin bin viel aktiver an dem, was ich alleine auf der Bühne mache. Mein Programm, meine Inhalte oder wenn ich meinetwegen auch in der Anstalten Auftritt hatte und was gesagt habe, dann konnte ich gestalten, was ich da sage. In der Heute-Show läuft das anders. Und da bin ich nicht Teil dessen, dass ich da mitrede und deshalb mitkriege, in welche Richtung geht das. Ich sehe es dann auch nur an der Auswahl der Szenen und an dem, wie es gemacht wird. Und darüber habe ich dann durchaus zum Beispiel mit Oliver Welke gesprochen. Ja, und auch immer wieder haben wir in den ganzen Jahren das Gespräch gesucht und uns ausgetauscht über, wie wir die Dinge sehen. Also vielleicht nur ganz kurze Erläuterung. Ich war in der Zeit ja in der Bundespressekonferenz und kann das mir bis heute in dieser Absolutheit fast nicht erklären, dass da, glaube ich, die, also wirklich fast ausnahmslos, die Journalisten, die da saßen, haben sich als, glaube ich, extrem kritisch empfunden, indem sie die Bundesregierung von der anderen Seite kritisiert haben. Wieso nicht noch längerer Lockdown? Wieso keine längeren Schulschließungen? So, Übererfüllung, aber in der Wahrnehmung war das für sie sozusagen Kritik. Die Bundesregierung auf den richtigen Weg bringen. Und das war natürlich noch viel absurder, weil man saß da in dieser Bundespressekonferenz als Journalist absolut privilegiert, weil man konnte noch raus, man konnte da noch hin. Und ich habe bis heute sozusagen keine Antwort gefunden, wie das zu dieser Konzentration kam, dass die Leute sich, glaube ich, in dieser Zeit sogar noch kritischer als sonst empfunden haben, aber eigentlich extrem konform agiert haben. Und da hat mich nur interessiert sozusagen, wie das auf so einer anderen Ebene in ihrem Bereich lief. Aber klar, das hättest du auch gar nicht bewusst, dass das natürlich auch noch mal maßnahmenbedingt anders strukturiert war als sonst. Aber ich finde es interessant, weil es nämlich auf die scheinbar ganz andere Ausgangsfrage zurückgeht. Dass Fernsehen und auch die Bundespressekonferenz, du hast im Bild, wird dir immer eine Nähe der Person suggeriert, als würden die zu dem Ergebnis kommen. Davon lebt ja auch die ganze politische Täuschung. Also diese Präsidenten sind befreundet. Präsidenten sind in der Regel überhaupt nicht befreundet. Die fahren weder zusammen in Urlaub, noch kochen sie sich gegenseitig was oder machen tausendlich über ihre Kinder aus. Also sie sind genau nicht befreundet. Aber das Bild, wenn man sie dann sieht, wenn sie zusammen lächeln oder irgendwas machen, suggeriert eben eine Nähe. Und diesen Widerspruch zu fassen, dass das Bild nicht diese Realität ist, die es zählt. Und das ist ja die Schwierigkeit beim Konsumieren von Bildern, auch im Fernsehen. Und dann sieht man sich natürlich selbst. Und irgendwann sagt man dann, ja, will ich da noch mit im Bild sein? Der Punkt ist ja auch, man darf jetzt nicht denken, dass Fernsehsatire, ich kann jetzt nur über den Bereich sprechen, dass Fernsehsatire gleich Satire ist. Das Wichtige ist, es ist Fernsehsatire. Das heißt, das gehorcht ja auch anderen Gesetzen. Und Leute, die Fernsehen machen, müssen ganz viele andere Dinge noch berücksichtigen und befinden sich auch in anderen Zusammenhängen. Und eine Sendung, die so erfolgreich ist wie die Heute-Show, da ist doch logisch, dass da auch noch nach ganz anderen Sachen geguckt wird, als wenn ich als Kabarettistin abends auf die Bühne gehe und vor 120 Leuten was sage. Da kann ich mir ganz anders überlegen, was will ich denen wirklich sagen. Dass eine erfolgreiche Sendung natürlich auch weiß, was sie sagt, damit sie weiter auch erfolgreich bleibt. Dass sie erfolgreich bleibt und erfolgreich bleiben darf. So erfolgreich bleiben darf, ist doch auch klar. Also da spielen ja noch ganz andere Sachen eine Rolle. Insofern würde ich nie Fernsehsatire mit Satire gleichsetzen, weil es da anderen, da sind andere Gesetzmäßigkeiten und andere Interessen. Ganz entscheidend andere Interessen. Es gibt aber in der Satire durchaus noch kritische Menschen, die also genau das machen, was Satire eigentlich machen soll. Nämlich den Herrschenden auf die Finger klopfen und eben nicht übererfüllen, sondern fragen, warum macht ihr das überhaupt? Dafür muss man aber, glaube ich, eher sich was an den Bühnen anschauen. Man muss sich die Leute auf der Bühne anschauen und nicht denken, dass das, was man im Fernsehen sieht, das Kabarett ist oder so. Liebe Menschen, ich möchte anlässlich der Ukraine-Berichterstattung der letzten Wochen heute eine Lanze für unsere Medien brechen und ich möchte Sie, liebe Menschen, herzlich dazu einladen, mit mir zu brechen. Nicht umsonst steckt in dem Wort Berichterstattung das Wort Richter. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich für die angemessene Einseitigkeit des aktuellen Quantitätsjournalismus bedanken. Bei Klaus Kleber, bei der Tagesschau, bei der süddeutschen Welt, Deutschlandfunk, die uns seit Wochen unermüdlich mit ihren fertigen Urteilen versorgen. Von der Krim, äh vom Krimmel, Kreml, Krims, Krams. Ist ja auch egal. Dank N24 weiß ich, dass Putin bald in Finnland einmarschiert. Auf Phoenix lese ich, dass Moskau seit 5.45 Uhr Putin grad heißt. Und bei Kika habe ich neulich gesehen, dass Putin in Kanada Kinderfotos bestellt. Ich habe bis vor kurzem ja noch gedacht, im Ukraine-Konflikt ginge es einfach um geostrategische Interessen zweier kapitalistischer Lager, Amerika und Russland. Wie falsch ich damit lag, begreife ich erst heute, nachdem ich zum hunderttausendsten Mal lese, dass es sich ja wieder um kalten Krieg handelt. Eigentlich hast du ja dann im Fernsehen, du hast manchmal Glück, also dass etwas auch wirklich sehr schön und gut produziert ist, aber du hast natürlich permanente Statements zur Welt und im Grunde eine Form von Glaubensbekenntnissen, die da abverlangt und gelehrt werden. Ich habe auch immer gesagt, das sind die Journalisten, die neuen Priester der Zeit. Und dann muss man eben fragen, auch für die Bundespressekonferenz, wer ist der Papst? Und der Papst ist dann eben nicht die deutsche Regierung, sondern vielleicht die US-amerikanische. Da ist dann nicht, wie hieß hier unser Virologe, Herr Drosten, sondern vielleicht Herr Fauci ist dann der Papst. Und da wird dann hingeguckt. Und das ist natürlich wieder traurig, weil du hast Bilder, die was anderes suggerieren oder fast die Umkehrung. Die Journalisten selbst erzählen sich dann in der Bundespressekonferenz, wie bin ich kritisch, dass noch nicht genug Raketen geschickt sind, noch nicht genug Menschen gestorben sind. So ganz kritisch bin ich da der Regierung gegenüber. Aber sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass sie sich der eigentlichen Macht unterwerfen. Und das ist natürlich eine trostlose gedankliche Leistung, die eben leider fehlt, im Sinne der Erfassung der Realität. Und das, was in den letzten Jahren passiert, ist ja nicht nur ein Vertrauensverlust der Leute in die Regierung oder in das, was von Regierenden getan und entschieden wurde, sondern das ist ja leider Hand in Hand mit dem, wie es dann auch medial dargestellt wurde. Das heißt, das ist ein politisch-medialer Komplex, der daran gearbeitet hat, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, auch so wahrgenommen wurden. Was wurde denn überhaupt gezeigt? Welcher Ausschnitt wurde gezeigt von Realität? Welche Leute wurden befragt? Das hatten die Medien in der Hand, wen sie sozusagen zeigen. Und da war Satire ein Teil davon. Und das hat mich so erschrocken, dass ich mitgekriegt habe, dass die Satire gar nicht einen anderen Job macht, sondern sich an demselben Job beteiligt. Also Teil dieses politisch-medialen Komplexes ist, der zum Beispiel Leute, die andere Meinungen hatten, diffamiert hat, ausgegrenzt hat, sich über sie lustig gemacht hat. Und durch diese Beteiligung daran, finde ich, hat Satire im Grunde denselben Job gemacht und das alles noch verstärkt. Meinen Sie jetzt Fernsehsatire oder wirklich in der ganzen Breite? Nee, Fernsehsatire. Ich spreche jetzt nur vom Fernsehen. Weil wenn ich das, was mir die Regierung den ganzen Tag sagt, das steht auf einem Blatt. Wenn ich das aber auch noch verstärkt finde in einer Satiresendung, die ja eigentlich kritisch sein soll, dann, was entsteht dann? Also das finde ich ganz gefährlich und da finde ich das auch nicht harmlos, die Rolle, die die Satire dabei spielt, Fernsehsatire, weil das macht Meinung. Und das ist etwas, was viele Leute auch noch, glaube ich, sehr hoch geschätzt haben. Und diese, wie stellst du denn die Heute-Show dar? Wie stellst du die Anstalt dar? Also das war, glaube ich, den Leuten auch wichtig. Ja, ja, weil sie ja über die Heute-Show oder auch über die Anstalt bis dato, bis vor Corona auch kritische Sichten auf die Welt meistens öfter zumal zur Kenntnis nehmen durften. Und diese kritischen Stimmen sind im Grunde verstummt. So, und auf die hatte man sich so ein bisschen verlassen? Und die waren im Gewand der Kritik, sind sie verstummt. Und das war natürlich traurig für viele. Aber jetzt hat man als Mensch, als Einzelne ja nicht die Möglichkeit, den ganzen Tag die Produktion von allem, was auf einen einstürmt, dann auch kritisch zu befragen. Man hat ja auch keine Ahnung von den Produktionsprozessen. Und deshalb ist es so schwierig, Bilder zu entschlüsseln. Und deshalb ist man dann dankbar, wenn es eben Kunst gibt, die einen Blick auf die Bilder, die die Welt bestimmen sollen, auf diesen medialen Komplex zeigen, die einen die eigenen Realitätserfahrungen anders in Abgleich bringen lässt. Aber da muss man weg vom Fernsehen. Also Fernsehen ist da, würde ich sagen, würde ich wirklich links liegen lassen. Oder die sagen, gucken wir uns was anderes an. Also Sie haben das ja auch beide gerade so dargelegt, dass zumindest, um da mal da zu bleiben, Anstalt und Heute Show ja bis dato so ein gewisses Renommee hatten, auch tatsächlich die Mächtigen hinterfragt haben. Und auch bei der Anstalt, wenn du überlegst, was die zumindest ab 2014 auch Ukraine-Berichterstattung, da war auf jeden Fall Feuer dahinter. Und da wurde auch den Mächtigen noch eingeheizt. Und wieso ist das tatsächlich mit Corona gekippt? Und nicht vorher, danach jetzt, nach Februar 2022 auch so ein bisschen. Aber Corona war ja tatsächlich so ein Einschlag, sowohl Anstalt als auch Heute Show. Ich meine, ich erwarte jetzt keine fertigen Antworten, aber hast du da irgendwie Indizien, wieso es gerade in dem Moment sozusagen all das Bissige und Machthinterfragende nach hinten runtergefallen ist? Existenz-Äxte? Ja, wieso hat sich bei allem, ich meine, wir erleben doch gesamtgesellschaftlich so eine Eskalation und auch mit Corona hat sich insgesamt wieder was hochgeschraubt und weitergeschraubt, was vorher durchaus als Tendenz schon die ganze Zeit zu sehen war. Ich finde nicht, dass wirklich was Neues passiert ist, aber es ist in einem Maße passiert. Es hat sich in einem Maße, haben sich Dinge verschärft, die vorher schon sich abgezeichnet haben. Und warum sollte da die Fernsehsatire eine Ausnahme sein? Also ich glaube, das war auch da sozusagen nur mitgemacht oder gespürt, dass jetzt ein anderer Wind weht oder jetzt eigentlich alles nochmal einen Zacken schärfer ist. Für mich sind das nur Auswüchse dessen, was vorher schon in anderen Krisenkriegen, Katastrophen zu sehen war, eigentlich nur Auswüchse dessen, dass wir schon wieder eine Form von Systemkrise haben. Die 123ste. Das finde ich wirklich interessant. Das ist auch gebunden ja an die eigene Wahrnehmung von Problemen und an die Generation und wie man groß wird. Weil ich habe zum Beispiel immer gedacht, in diesem deutschen Vereinigungsprozess, das war wie so ein Versuch im Reagenzglas der Machtübernahme, wo historische Deutungen vorgeschrieben waren. Also zum Beispiel die Zwei-Diktaturen-Theorie, womit man dann versucht hat, die DDR gleich zu erledigen. Es weiß zwar keiner mehr, was eine Diktatur ist und auch nicht Gewaltmonopol oder Demokratie, aber ich finde den Slogan, der wird durchgepeitscht. Und da gibt es dann gar keine Frage. Und das war jetzt so ein Versuch, weltweit zu agieren. Und da gibt es ja so viele politische Aspekte in dieser entsetzlichen Corona-Pandemie. Also ich meine, der amerikanische Kongress beschäftigt sich jetzt Gott sei Dank auch damit, weil die gehen ja immer dem Geld hinterher und fragen jetzt, woher Fauci wofür Geld ausgegeben hat. Und das ist ja auch mal wichtig zu wissen. Und wie denn der amerikanische Leiter dieses Instituts in China die Experimente, die die Amerikaner dort geleitet und gemacht haben, zu begründen weiß. Ja, und dadurch kommen dann natürlich immer neue Zusammenhänge ans Tageslicht. Und die Territorien, auf denen agiert werden soll, werden immer größer und gewaltiger. Und dann kann man Florian fragen, wie kommen die dann in die Bundespressekonferenz? Also was ist da noch übrig an Fragestellungen, die überhaupt erlaubt ist? Weil ich kann zum Beispiel für mich einen Satz nur sagen, ich staune über die Welt und über diejenigen, die vorgeben, uns ideologisch zu führen, dass sie kein Erstaunen mehr kennen. Für sie ist alles klar. Ich weiß, wer Diktator ist, ich weiß, wer der Virus ist, ich weiß, wer gut und böse ist, wer richtig und falsch ist und richtig und falsch. Und fertig ist die Welt. Und was daraus folgt, ist Unterwerfung oder nichts. Ich würde diese Frage, die Sie mir gestellt haben, warum das so plötzlich dann ein Unterschied war ab Corona, die würde ich gerne zurückgeben an Sie als Journalist, ob das nicht zeitgleich genau dasselbe zu spüren war im Journalismus, dass sich etwas ab Corona noch mal massiv verschoben hat. Ob dann nicht ab dem, ich frage jetzt total suggestiv, ob nicht ab dem Moment zu spüren war, es ist klar, worüber wir berichten müssen, damit wir den Job nicht verlieren, damit, weiß ich nicht, also dass irgendwie nicht jemand gesagt hat, du redest ab heute nur noch darüber, sondern jedem instinktiv klar war, ich muss das und das sagen oder schreiben. Ja, also zumindest in Bezug auf die BPK das ist schon ein eigenes Völkchen, weil das ist, glaube ich, so das Völkchen im Journalismus, das am nächsten an der Macht, ist, die auch gerne im Regierungsflieger mit Annalena sitzen, also das ist, glaube ich, sozusagen noch mal weniger repräsentativ, weil das, ja, also es ist wirklich bei allem Respekt der Kollegen da gegenüber, aber das merkt man zum Beispiel auch, kurzer Exkurs, Thema CumEx, da gibt es ja durchaus auch Spiegel-Kollegen oder selbst T-Online, die da kritisch zu recherchiert haben, aber die respektiven Parlamentsberichterstatter, die für T-Online oder Spiegel in der BPK sitzen, haben das Thema nie angerührt, weil das ist tatsächlich etwas, wo diese Nähe zur Macht besonders relevant ist und das war aber auch schon vorher spürbar, weil eine kritische Frage verhindert vielleicht dann den viel wichtigeren Schritt, der kommt nämlich nach der BPK, da geht man dann sozusagen zum Vier-Augen-Gespräch ans Podium und bekommt da vielleicht die sinnvolleren oder zielführenderen Informationen und dann vielleicht auch noch exklusiv als jetzt bei laufender Kamera jemanden kritisch zu hinterfragen, das ist einmal nicht Teil des Systems, würde ich sagen. Also das als Vorspann, um zu sagen, dass die BPK fand ich, also zumindest seit ich da war, schon immer dadurch geprägt war, dass zumindest diese Leitmedienvertreter schon immer sehr angepasste Fragen gestellt haben, auch weit über dem bundesdeutschen Durchschnitt hinaus und aber um da trotzdem irgendwie halbwegs vernünftig darauf zu antworten auf Ihre Frage, fände ich schon, dass das ab 2014 zugenommen hat, soweit ich das beobachten konnte, ich war erst ab 2018 da, aber schon tatsächlich so Beginn-Ukraine-Krise 2014 war das nochmal wo, da gibt es ja auch entsprechend, ich glaube Böckler-Stiftung hatte das ja auch, wo klar war, alle Dialektik oder zwei Quellen Ansatz, vergiss es, wir befragen jetzt nur Maidan-Befürworter und das reicht auch, weil das sind die Guten und genau dieses Denken in festen Schablonen hat sich auf jeden Fall verstärkt, aber ich würde sagen beim Journalismus früher als in der Satire, weil sozusagen die Anstalt noch ziemlich lange fand ich sehr dialektisch mit dem Thema Ukraine-Krieg und auch nicht, hey, da gibt es nur einen bösen Aggressor und der Rest sind Freiheitshelden, sondern das war noch, also da war noch was, was tatsächlich erst ab Corona verloren gegangen ist, aber einen wirklichen Erklärungsansatz, wie so gerade bei diesem Thema und ich glaube auch nicht, zumindest in meinem Erleben war das wirklich, also bei ein paar wird das so gewesen sein, so eine innere Zensurschere, aber die meisten waren tatsächlich Überzeugungstäter, also Täter jetzt nicht für die Zuschauer zu schwer bewerten, aber tatsächlich, die haben da aus Überzeugung diese Fragen gestellt, wann denn bitte noch stärkere Lockdown und dut-dut-dut. Ist das deutsch oder was? Vielleicht ist es auf etwa... Bis zum gewissen Grad, also irgendwas Deutsches ist schon dabei, das merke ich an ganz vielen Themen, weil die ausländischen Journalisten in der BPK stellen kritischere Fragen, also auf jeden Fall, also da ist so ein ist jetzt auch kein großer Erklärungsansatz, aber auch also manchmal bin ich auch hilflos und denke mir, es muss auch tatsächlich so ein was preußisch-deutsches sein, was da irgendwie Wirkung tut. Das kommt ihm vielleicht entgegen. Aber was ich denke, was ich mir darüber auch immer mache, ich denke, wie geht das? Wie funktioniert diese Gleichschaltung? Und Gleichschaltung ist eben was anderes als ein Sprachdiktat, weil dann bewegt man sich außerhalb der Sprache und weiß, was diktiert wird. Aber das ist ja gelebt. Und das ist internalisiert. Also es ist auch keine Gleichschaltung, bin ich mir ziemlich sicher. Eine gelebte Gleichschaltung ist eben gelebter. Das fällt dann gleich runter. Ups, sorry für die Tonumstände. Aber was ich dachte, was da passiert ist, der Versuch, sich mit Macht zu identifizieren. Und da hatte ich ja ein Beispiel eben, was mich so darauf aufmerksam gemacht hat, das war die Bombardierung Jugoslawiens, wo die Ostdeutschen eben dagegen waren im Wesentlichen und die Westdeutschen dafür. Und da dachte ich immer, weil die Ostdeutschen sich mit der Ohnmacht, also mit denen, die gebombt werden, identifiziert haben und das situativ in ihrem Hirn dann abgeglichen haben und haben gesagt, nee, ist nicht gut. Und in Westdeutschland wurde sich dann zum größten Teil mit der Macht identifiziert, die nämlich entscheidet, wo die Bomben hingeworfen werden. Und zwar um Gutes zu tun, wie gesagt. Aber es sind verschiedene Momente der Identifikation oder Empathie, um etwas situativ zu erfassen. Weil das müssen wir als Menschen leisten oder leisten wir auch, sonst könnten wir nicht überleben. Also sonst hätten wir auch nicht überlebt, wenn es diese Fähigkeit nicht gäbe. Und ja, da sind die Journalisten eben verführt, aus der Position der Macht heraus sich zu identifizieren und die Welt wahrzunehmen. Und auch in der Illusion wahrscheinlich der eigenen Schöpfung, des eigenen Schöpfungsaktes. Also, dass sie selbst das Gute mitschöpfen, indem sie sich mit der Macht identifizieren. In meinen Augen selbstverständlich der größte Irrtum, der einem gelingen kann, aber häufig. Sehr, sehr häufig. Und vielleicht ist dann die Identifikation mit der Macht in Deutschland besonders groß. Und war in der DDR besonders niedrig, weil die Macht in dem Sinne nie die Macht hatte. Und weil die Leute viel mehr zwischen den Zeilen lesen konnten. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied sozusagen der Sozialisierung. Wie gehe ich mit dem Medienkonsum über? Und da hat der Oberstudienrat irgendwie in Oberschwarm, der hat die Zeit so gelesen, wie die Zeit, das Zeitfeuilleton halt war. Wohingegen der Unterstufenlehrer, also selbst der Überzeugteste, war in der Lage, das kritisch zu lesen. Und ist es nicht auch ganz banal einfach so, man hatte diese Existenzängste nicht? Also, wenn du Journalist warst, warst du halt Journalist. Wenn du Arzt warst, warst du Arzt und du hattest deinen Job, ich sage das jetzt mal ganz platt und auf einen, ab und hier ist das nicht so. Du hast im Grunde immer, da schwelt immer so eine Unsicherheit mit, behältst du deinen Job? Oder was ist, wenn du jetzt das und das sagst, bist du den dann vielleicht los? Und also es schwebt immer irgendwie so mit, du kannst auch absteigen. Du kannst auch absteigen. Und das ist, glaube ich, eine andere Voraussetzung dafür, für dein Selbstverständnis und für deine, für die Freiheit deines Denkens. Ja, absolut. Also du konntest auch in der DDR absteigen, aber in einem anderen Kontext. Aber ich glaube, diese Existenz, dieser existenzielle Grad war unterschiedlich. Und wenn, dann war es eher im künstlerischen Kontext. Und den gab es in dem Sinne nicht. Aber nicht in diesem Maße, ich glaube im Unterbewusstsein und vor allen Dingen, es gab halt auch, also auch sozusagen DDR-Bildungsbürger, hat sich im Gegensatz zum Westbildungsbürger ja nicht dadurch unterschieden, dass er jetzt eine hohe Sparquote hatte. Also sie hatten ja nicht mehr Geld, sozusagen. Da war es wirklich sozusagen vielleicht der Bildungskanon. Du konntest nicht rausfallen. Aber du konntest nicht aus sozusagen, aus so einem finanziellen Ding bist du nicht rausgefallen. Du hattest erst keine existenzielle Bedrohung. Du konntest immer deine Miete bezahlen. Du konntest immer mit der Straßenbahn fahren. Und du konntest immer was zum Essen kaufen. Und du hattest vor allen Dingen auch in der Bewertung eben keine Hierarchisierung, die den Besitz von Geld sowieso bewundert. Weil das Geld gar nicht so mächtig war. Da sind wir wieder beim Geld. Ja. Aber wir müssen an der Stelle wahrscheinlich sofort eine Zäsur machen und sagen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war, oder? Das machen wir über Bauchbinde. Damit wir bloß nicht falsch verstanden werden. Gut, da kann ich jetzt Zucholsky zitieren. Ab 40 besteht der Mensch im Wesentlichen aus Berufskrankheiten. Und da merkt man, sie haben beim Fernsehen gearbeitet. Ich zum Beispiel, für mich gilt überhaupt gar kein Begriff. Ich kann das einfach sowieso nicht akzeptieren. Unrechtsstaat, was soll das? Wer verfügt darüber, was was ist? Zum Beispiel habe ich neulich, ja ich weiß ja, weil man sich sofort distanzieren muss und sofort klarstellen muss, wie man was gemeint hat. Genau, aber das ist so verrückt, weil das, an der Stelle denke ich, dass der Westen sich selbst abschafft. Weil mit dieser Art der Ideologisierung aller menschlichen Vorgänger weißt du nicht mehr, was du tust. Nicht, denn ich habe zum Beispiel nach der Wahl, habe ich mal Phoenix geguckt. Und da war ein Herr Journalist, Name lasse ich jetzt weg, jedenfalls hatte der vorgeschlagen oder meinte begriffen zu haben, dass die Menschen, die die AfD wählen, wirklich, also ganz böse sind, selbstverständlich, wahrscheinlich Nazis, nicht? Und dass die auch das meinen, was sie sagen. Und deshalb muss man jedem auf die Finger schauen und falls jemand irgendwas Falsches sagt, sofort prozessieren. Das sagt der dann allen Ernstes. Und ich überlege eine Sekunde weiter und denke, der merkt nicht, dass er gerade den Rechtsstaat abschafft. Das, was ich diesem Herrn vorwerfen würde, ist, dass er hinterrücks über die Prozessualisierung von Banalitäten, den sowieso schon, das sowieso schon überforderte Justizsystem lahmlegt. Das ist eine Konterrevolution gegen den Rechtsstaat, würde ich sagen, wenn ich das jetzt beschreiben müsste. Es ist vor allem, finde ich, wieder ein bisschen auch so das, was Lauterbach macht, mit gegen zu viel Selbstmörder höhere Zäune einzurichten. Das ist im Grunde irre, weil du auch da wieder nicht guckst, warum ist denn das so? Warum wählen denn Leute AfD und warum haben wir plötzlich so viel mehr Selbstmörder? Das ist doch die eigentlich viel interessantere Frage. Und vielleicht müsste man daran gehen. Und wo liegen denn die Ursachen dafür, dass Leute AfD wählen? Hat es vielleicht auch was damit zu tun, mit der Politik der Regierenden zu tun, die die letzten Jahre betrieben worden ist? Und warum sollen die nicht AfD wählen, frage ich mich immer. Das ist doch wohl eine Überlegung, dass du in einem Land, in dem verschiedene Möglichkeiten der Lösung von Problemen bestehen, du eine Partei wählen kannst, die sich auf das Land bezieht. Also nun Himmel, Herrgott nochmal, warum denn nicht? Und du musst doch die Probleme angucken. Und was ich aber so interessant jetzt an dir finde, ist, sie kann es nicht lassen. Sie führt alles zurück auf die tatsächliche, lebendige Erfahrung. Weil die Erfahrung ist nicht das Wort. Die Erfahrung, die man macht, ist eben erlebt. Und der Versuch, uns einzureden, dass das Wort das Leben ist, das ist einfach nicht wahr. Und da übernimmt der Journalismus, ich muss jetzt einmal ausholen, der übernimmt und die Politik frecherweise das, was eigentlich Kunst zu leisten hat und was sie nicht leisten. Sie können eben nicht in Ideologie und Politik Leben beschreiben. Und sie tun so, als würden sie mit jedem ihrer idiotischen politischen Sätze sagen, wie das Leben ist. Sie lesen keine Bücher mehr. Sie fragen nicht nach der Vermittlung zwischen Lebensrealität und Ausdruck, wonach sie, du, eben sofort gefragt hast. Warum geschieht das? Was wird da erlebt? Wie kann ich ausdrücken, das, was dort erlebt wird? Und die Politik setzt sich damit an die Stelle von allem. Finde ich eine totale Frechheit, weil sie der Menschheit ihre Ausdrucksmittel stiehlt. Mit Dominanz, mit Machtgehabe und mit Dummheit. Och, habe ich jetzt ausgeholt. Aber ich möchte jetzt trotzdem einen Sprung machen und nämlich das, was Politiker niemals gefragt werden dürften. Wie fühlen sie sich? Niemals sollte es eigentlich Home-Stories von Politikern geben. Oder wenn, dann in kleinster abstrakter Form. Möchte ich jetzt trotzdem mal fragen, mit deinem Schritt und auch mit der Tatsache, dass du dich mit der Krankheit und den Impfschäden so auseinandergesetzt hast, wie kannst du damit so leben und das dann umsetzen in Kunst? Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist die Ausdrucksmöglichkeit, die mir zur Verfügung steht, die mir am vertrautesten ist, die ich am liebsten mag und ohne die ich wahnsinnig werde. Also ich habe ja auch nicht ein Buch geschrieben, weil ich gedacht habe, ich will jetzt ein Buch schreiben, sondern ich habe in der Zeit gedacht, bei all dem, was mir passiert ist, was irre war. Ich rede jetzt von den letzten zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren habe ich ja den Impfschaden. Und ich habe angefangen aufzuschreiben, was mir passiert ist und wie es mir damit geht, um nicht bekloppt zu werden, ganz einfach. Und das hatte noch gar keine Form, das hatte noch gar keine Richtung und kein Ziel. Das hatte nur den einzigen Sinn und die einzige, ja doch den einzigen Sinn, dass ich nicht wahnsinnig werde und dass ich einen Ausdruck dafür finde. Dass das dann nachher, dass ich mich nachher dafür entschieden habe, daraus ein Buch zu machen, einfach weil ich gedacht habe, naja, das ist ja was, was, es geht ja vielen so und vielen steht aber dieses Mittel nicht zur Verfügung, sich so auszudrücken. Viele sind auch einfach so krank, selbst wenn sie keine Künstler sind, sind sie aber so krank, dass sie gar nichts mehr können. Und da habe ich gedacht, es braucht eine Stimme für das. Und deshalb habe ich es dann zu einem Buch gemacht und öffentlich gemacht. Aber das ist sozusagen kein Widerspruch, sondern das ist die logische Konsequenz für mich, dann zur Kunst zu greifen und zu sagen, wie kann ich anders noch Wahrheiten formulieren? Wie kann ich mich verständigen mit Leuten über das, was uns umgibt? Wie kann ich das begreifen, was passiert? Das ist für mich am ehesten machbar mit der Kunst. Weil all die Worte, das Explizite darüber sprechen, das ist gut, das ist wichtig, aber mir reicht das nicht. Ich denke, da bleibt immer auch etwas auf der Strecke, was nur die Kunst schafft. Ja, weil da die Einsamkeiten wahrnehmbar sind, auch die Verlassenheit, aber auch der Humor, mit dem man sich dann versucht, aus der Situation zu befreien und den Weg zu anderen zu finden. Und auch das Ambivalente an allem, dass die Dinge nicht nur so oder so sind. Ja, wie meinen Sie es denn jetzt? So oder so? Ja, in welchem Lager gehören Sie denn jetzt zu? Sind Sie jetzt AfD oder sind Sie jetzt, was sind Sie denn eigentlich? Ja, schau hin, hör zu, lass uns miteinander reden. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Das ist übrigens auch etwas, was ich an den Abenden wahrnehme, wie die Leute immer stiller werden, weil sie nicht mehr so befreit reagieren und lachen, weil man nicht mehr, es ist ein bisschen, man muss das auch trainieren, das Zuhören und Zugucken. und das differenziert wahrnehmen. Auch das Akzeptieren, dass Dinge nicht immer eindeutig sind, sondern durchaus ambivalent sein können. Das ist aber eine Kunst, die muss man trainieren. Liebe Kresine, das ist ja schrecklich. Trauer-Smiley, Trauer-Smiley. Hast du das mal beim Arzt abklören lassen, LGG? Ich bin in den vergangenen neun Monaten circa zweimal die Woche beim Arzt gewesen. Ist nichts mehr rausgekommen, egal ob Internist, HNO, Kardiologe, Neurologe oder Gynäkologin. Bis auf einen kleinen Perikarderguss, kurz nach der Infektion, waren alle Befunde unauffällig. Aber das ist ja schon mal super. Das heißt ja wenigstens, du hast nichts mega Schlimmes. Du hattest ja auch echt viel Stress die letzten Jahre. Vielleicht ist das mehr so eine psychosomatische Sache. Was meinst du, LGG? Liebe Gabi, das Problem bei Long-Covid oder Post-Vac ist, dass diese ganzen vielfältigen Störungen, Immunsystemstörungen mit Mikrozirkulationsstörungen, Small-Fiber-Neuropathien, Mastzellaktivierungssyndrom etc. pp. nicht mit den gängigen diagnostischen Maßnahmen erfasst werden. Ich habe zum Beispiel unzählige Blutbilder bei unzähligen Ärzten machen lassen, bis ich endlich mal bei einem Arzt gelandet bin, der mein Blut auf ganz andere Werte untersucht und festgestellt hat, dass ich einen Histaminüberschuss habe und der Wert der zentralen Memory-Zellen zu niedrig ist. Letzteres ist übrigens eine Auffälligkeit im Blutbild sämtlicher Patienten mit Impfnebenwirkungen. Man muss halt danach suchen wollen. Wenn nur das Übliche gecheckt wird, findest du halt nichts raus. Und ohne eine eindeutige Klärung der Ursache wird man dann eben als Spinnerin abgestempelt und kriegt Antidepressiva. So geht es nahezu allen, die Long-Covid oder Post-Vac geschädigt sind. Da bin ich noch eine, der es besonders gut geht. Ich habe ja nur alle zehn Tage das Gefühl, ich sterbe. Da war ein Fernsehbericht über Menschen, die auf Müllkippen leben. Also eine nicht schöne Vorstellung. Da spielte er bei einer Gitarre, es war irgendwo in Südamerika. Und die tanzten und spielten Gitarre und sogar sehr schön. Und der Kommentar des Journalisten, der den Bericht machte, sie tanzen hier wild und hysterisch, sozusagen auf ihrer Not und in dem Dreck. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Menschen in Not, im Dreck etwas Schönes tun. Das war jenseits seiner Lebensrealität. Und da hat die Kunst natürlich einen viel breiteren Blick. Und der eröffnet sich. Der eröffnet sich eben auch für ein Leben mit Impfschaden. Der ist nun mal da und für viele. Und es geht nicht nur um die ideologische Auseinandersetzung und nicht nur um Geld und nicht nur um Schuldsprüche. All das ist auch richtig. Aber es geht auch um ein Leben damit und wie man Räume schaffen kann. Und ja, ich bin immer jedem dankbar, der das macht. Ich bin Fan von Florian Favik, weil die Bundespressekonferenz ohne ihn, da kann man ja nur einschlafen. Also wenn die sich alle lobhudeln, das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Das machst du jetzt auch gerade, nicht zu viel Überhöhung auf allen Seiten. Wieso denn? Das macht er doch, er ist tapfer. Und zwar, ich kann dir sagen, wie es geht, fällt mir ein, weil du das so abwehren willst. Das geht so, dass ich zuschaue und dann machen alle das Gleiche. Also finden sich gegenseitig toll oder noch nicht toll genug, aber schon auf einem tollen Wege. Und dann kommt er und stellt irgendeine Frage. Und damit hast du plötzlich einen einsamen Menschen, so wie ich selbst, der ich denn da vor dem Fernseher sitze oder vor dem Bericht. Und damit kann ich dann wahrnehmen, was da passiert. Weil das andere ist für mich nicht wahrnehmbar. Das ist wie so eine Masse, die sich auf mein Gehirn wälzt. Und ja, da ich den nicht möchte und nicht wünsche, suche ich mir den Punkt, von dem aus man etwas wahrnehmen kann. Das ist selbst bei Tierfilmen so. Dass es dann die kleine Katze ist, die guckt, wo man mit ihr zusammen guckt. Ja, du kannst dich insofern loben lassen, du bist es nicht allein, sondern die Situation. Gut, ich würde vielleicht trotzdem noch mal darauf zurückkommen, was du ja auch schon angesprochen hattest. Apropos Überhebung, nein, aber zumindest von meiner Wahrnehmung kenne ich jetzt neben Ihnen relativ wenige, die so eine Art Gesicht für Corona-Impfung, Impfgeschädigte sind. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dann auch vielleicht eigene Vorurteile, das so ein bisschen überrascht war, weil ich dann so in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch geguckt habe. Du hast ja durchaus auch noch Zugang zu öffentlich-rechtlichen Sendern. Das sind dann zwar Spartenprogramme, aber ich war zum Beispiel, es gab eine SWR-Sendung, glaube ich, vor einem Monat, gar nicht so lange her. Da war ich relativ überrascht. Da war schon im Titel sozusagen, wurde dein Name genannt, plus Impfgeschädigt. Und auch der ganze Ansatz fand ich eher ermutigend. Also es war ein Spartenprogramm des SWR, aber nichtdestotrotz wurde da relativ Klartext gesprochen. Und das Gegenmoment war vielleicht zu einem ähnlichen Zeitpunkt, glaube ich, beim MDR, wo der war zwar auch ganz süß und auch das Interieur, aber wo du dann vorgestellt worden, explizit als Long-Covid-Geschädigte, obwohl eigentlich der ganze Kontext und auch in ihrer Selbstvorstellung klar war, das ist nicht Long-Covid, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, auch schon klar, sondern wirklich Post. Aber nichtdestotrotz, worauf ich hinaus will, ich war überrascht, dass das trotz allem sozusagen, dass ja nicht alle Kommunikationswege in Reichweite stärkere Medien für sie verbaut sind. Und es gibt ihnen ja tatsächlich auch nochmal eine Stimme, die wenige andere haben in dieser Thematik. Ja, falls das jetzt die Frage nach einer Erklärung daran ist. Das war einfach so eine raumgestellte Hoffnung, Sie können da irgendwie drauf aufsatteln. Ja, ich bin auch erstaunt gewesen. Allerdings hat das, also ich könnte es mir auf verschiedene Arten erklären. Vielleicht zum einen, weil ich selber auch nicht, ich habe mich selber nie und tue es auch nicht in irgendein Lager reingepackt. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe ab jetzt nichts mehr mit euch zu tun, Öffentlich-Rechtliche. Ich gehe nur noch zu den Alternativen oder so, das mache ich nicht, weil ich das für Blödsinn halte, irgendeine Tür zuzumachen oder mich für irgendeine Seite zu bekennen. Das wird einem so abverlangt. Es ist alles so sehr hysterisiert und man wird so ganz schnell auch gefragt, wo stehst du jetzt? Ich stehe da, wo ich immer gestanden habe. Sag mir, wo du stehst, aus guten alten Oktober-Club-Tagen. Nein, sag mal, weiß nicht. Ich möchte, dass man miteinander reden kann nach wie vor und ich möchte auch, dass da noch Brücken sind zwischen dem und dem und dem und dem. Und dass es nicht hier öffentlich-rechtlich und da Alternativ gibt. Ich weiß, es ist mittlerweile so, dass ganz viele, ganz viele Dinge voneinander getrennt sind und dass es Lager gibt. Und ich will das aber nach wie vor anders leben, weil ich mich sonst auch daran beteilige, wenn ich mir jetzt auf irgendeine Seite schlafe oder so. Und es ist auch so blöd wieder. Es ist bescheuert und so kommen wir auch nicht weiter. So werden wir kein Problem lösen. Und das heißt, ich finde, es ist nach wie vor extrem wichtig, sowohl da zu hören, zu sein, als auch da und mit allen ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht war das auch, vielleicht bin ich auch noch so wahrgenommen worden, dass ich nicht wirklich irgendwo einzuordnen bin und dass ich auch nicht wirklich, oh Gott, die ist bei der Heute-Show ausgestiegen, die ist ja jetzt Schwobel-Abteilung, jetzt geht die bestimmt nur noch dahin. SA, um das Buch mal zu zitieren. SA? Nee, ich rede gerne mit denen und denen und denen. Es gibt Leute, mit denen ich nicht rede, natürlich, suche ich mir auch aus. Aber es gibt nicht die Abteilung nur noch da oder nur noch da. Und es gibt aber auch Zufälle, also das zu einem anderen Erklärungsansatz. Ich weiß zum Beispiel hintenrum, ich werde es jetzt nicht erzählen, weil mir das auch nur im Vertrauen gesagt wurde. Aber es gibt auch Interviews, die nur durch Zufälle noch stattgefunden haben, die eigentlich nicht hätten stattfinden sollen. Wo eigentlich gesagt wurde, nein, auf keinen Fall, das geht gerade gar nicht, so die Präant hier und hier. Das ist aber eine große Hoffnung, dann gibt es auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch Schwäck. Was heißt das denn? Das ist, ja, der soll abraten. Ach der, ich habe gerade gedacht, das ist ein Wort irgendwie. Nein, 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 verstehe. Ja, okay. Nein, es gibt tatsächlich immer die einzelnen Leute, die gibt es überall, die einzelnen Leute, die irgendwo sitzen. Und dann sitzt doch irgendwo jemand in der Redaktion zum Beispiel und sagt, doch, doch, das machen wir und das kriegen wir so und so und so hin. Aber ich finde es, also ich bin natürlich ganz Ihrer Ansicht. Es gibt, man hat. Wollte es geduzen, hat mir jemand gesagt. Ja, man muss die ganze Zeit geduzen. Also, es ist einfach so, man muss mit jedem Menschen sich beschäftigen und auseinandersetzen. Die Frage ist auch nicht, wie der Einzelne ist, sondern wie die Macht verteilt ist. Und dann muss man die Frage nach der Macht stellen und nicht nach der Person. Also, ich glaube zum Beispiel, die wichtigste Macht für den amerikanischen Präsidenten sind seine Begleiter, die ihm zeigen, wo die Türen sind und so weiter. Und der Teleprompter, der ist auch wichtig. Aber das geht nicht, dass man sich nicht auseinandersetzt mit dem, was Menschen tun. Man ist Teil dieser Gemeinschaft und nur kurze Zeit auf der Erde. Und jeder, der vorgibt, dass er eine geistige Endlösung zu bieten hat, der sollte in sich gehen und nachdenken und fragen, worin er sich gerade täuscht. Und deshalb sehe ich überhaupt keinen Grund, sich mit irgendjemandem nicht zu unterhalten. Robert Scholz hat mal gesagt, zur Meinungsfreiheit jetzt in einem Rechtsstaat, wenn denn die Bundesrepublik einer sein will, die Grenze der Meinungsfreiheit ist das Strafrecht. Ansonsten muss alles denkbar sein. So, es gibt natürlich Grenzen. Es gibt Leute, mit denen würde ich mich nicht mehr unterhalten. Ja, die musst du ja auch nicht. Aber es ist dann nicht deine Aufgabe, über die zu richten. Da kommen wir in den Bereich, wenn jemand, was weiß ich, irgendwie vollkommen volksverhetzende, menschenverachtende Dinge sagt, da habe ich auch keine Lust mehr. Dann unterhalte ich mich auch mit so jemandem nicht. Ja, dann sagst du in der Regel auch, trink weniger. Genau. Und warum hast du heute so schlichte Laune? Ja, aber viele Leute sind doch noch erreichbar. Und da würde ich mich sogar gerne mit unterhalten und fragen, warum. Es gibt Leute, mit denen habe ich mich schon unterhalten und habe gefragt, warum. Wie kommst du darauf, mit dem, was du mir jetzt gerade alles gesagt hast, wie kommst du darauf, in Erwägung zu ziehen, die AfD zu wählen? Das interessiert mich wirklich. Ich frage es nicht rhetorisch. Ich will wissen, warum du das für eine gute Partei hältst, die uns damit helfen würde, mit den Dingen, über die du gerade sprichst. Und dann unterhalten, dann kommen wir an den Kern. Das ist nämlich der Punkt. Lass uns konkret darüber sprechen. Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Was wollen wir denn? Und wo sind irgendwelche Probleme? Und dann kann man konkret darüber sprechen. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn man glaubt, die AfD würde bestimmte Probleme, die wir haben, lösen, kommt man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht weiter. Das Ding ist, wir brauchen trotzdem nicht darüber zu reden, dass die, die gerade meinen, unsere Probleme zu lösen, die Grünen zum Beispiel, ist eigentlich wurscht, was wir sagen, grüne CDU ist eigentlich wurscht, egal. Die lösen unsere Probleme auch nicht. Sie lösen sie nicht, sie schaffen sie. Sie schaffen sie. Sie haben die Macht. Da muss man auch sagen, sie haben dieselben Lösungsansätze. Sie haben dieselben. Da wird du, du, AfD gemacht. Aber wenn dir irgendwie sozial und wirtschaftspolitisch ist das mit leichten Nuancen derselbe Brei. Ganz genau. Das sind ja die zentralen Elemente eigentlich für, wie es diesem Land hier geht. Naja, und wieder sind wir bei demselben Ding. Das sind alles Interessen im Sinne des Kapitalismus, also im Sinne der Weiterführung dieses Systems. Im Grunde müsste man dann aus diesem Ding raustreten und sagen, okay, worum geht es? Und wo wird die Veränderung stattfinden? Die wird wahrscheinlich nicht von Parteien ausgehen. Wir werden uns nicht an irgendwen ranhängen können und sagen, der wird es dann machen, sondern wahrscheinlich werden größere Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen nur aus der Gesellschaft selber kommen können. Ja gut, aber die ist ja machtpolitisch strukturiert. Muss ja nicht bleiben. Aber so ist es im Moment. Und gleichzeitig sind die Prozesse auch so kompliziert. Also die Menschen brauchen schon Strukturen, in denen Arbeit stattfindet. Die Prozesse sind, die Arbeitsheilprozesse sind so riesig. Und sie werden eben im Moment gelenkt über die Verteilung von Geld vor allen Dingen. Und da können ja politische Forderungen daraus erwachsen. Ich finde zum Beispiel eine ganz wichtige Forderung, Blackrock raus aus Europa. Es kann nicht sein, dass Frau von der Leyen, Herrn Lorenz Fink holt und der die europäischen Probleme mittels Blackrock löst, dass Blackrock ideologische Probleme diktiert, dass wir reden von Nationen, die interessieren Blackrock überhaupt nicht mehr. Sie versuchen den Regenbogen als Weltfahne und ihre finanzpolitischen Operationen zu setzen. Ja, damit muss man sich ja dann beschäftigen. Aber im Rahmen so einer Wahl, wo wir uns sozusagen noch in einem zumindest um Souveränität bemühten Staat befinden, haben eben dann die Parteien, spiegeln dann verschiedene Formen des Eingehens in diesen Prozess. Weil es ist natürlich jetzt auch Kosmetik versus Systemfrage, zwischen den beiden. Genau, aber Kosmetik ist ja nicht falsch. Kann man machen, wenn man die Systemfrage nicht vergisst. Genau, genau, darum geht es. Und bei der Systemfrage ist auch nicht ein Wort ausreichend. Also auch Kapitalismus, die Welt ist im Moment kapitalistisch in dem Sinne, dass es eben Eigentum gibt. Aber wie die Eigentumsformen auch innerhalb des Kapitalismus organisiert werden, ist ja sehr unterschiedlich. Und die ändern sich ja, haben sich ja auch geändert. Also weg von den Nationalökonomien hin zu einer globalisierten Welt, die ihren Ausdruck versucht, in Machtstrategien umzusetzen. Oder Amazon, die de facto eine riesige Planwirtschaft haben. Du müsstest das, das ist ja an sich per se schlecht, sondern du müsstest es halt irgendwie anders strukturieren. Aber ich würde auch sagen, an der Systemfrage kommst du trotzdem nicht vorbei. Aber es ist auf jeden Fall eine komplexe. Aber die ist nicht mit Kapitalismus beantwortet. Nein, beantwortet nicht, aber es ist, aber die Grundbasis, beide DDR-Borgen haben ja auch die Definition brav gelernt, glaube ich, dass... Ja, aber weil ich die Definition kenne, kann ich meines Erachtens mit Sicherheit sagen, dass sie nicht ausreichen. Und dass es ganz verschiedene Formen der Arbeitsteilung und auch der Spiegelung gibt. Und im Moment, und ich würde denken, wir müssen die auch nicht beantworten. Was wir aber wirklich müssen, ist sie immer wieder neu stellen. Ich muss noch mit einer ganz banalen Intervention dazwischen kretschen uns. Weil der eigentliche Boss dieser Veranstaltung hat mir, glaube ich, schon vor zehn Minuten diese Hand gezeigt. Da hatten wir noch fünf Minuten. Das heißt, wenn es uns irgendwie gelingt, in den nächsten Minuten ein profundes Schlusswort... Na, daran soll es jetzt nicht liegen. ...zu formulieren. Ja, also da kann ich mir... Was aber der Gast haben sollte, oder? Ja, gut, schieben wir dem Gast es zu. Aber erst mal sagen wir, dass wir uns freuen, dass Christine Trion unser Gast war. Wenn es auch nur Selta gab. Wunderbar, das gehört zu den wenigen Dingen, die ich im Moment noch essen oder trinken darf. Ich bin mir, dass wir uns da... Und dann aber auch nicht. Also, ich bin mir, dass wir uns da... Ich bin mir, dass wir uns da... ...hierer. Ja, ich bin mir, wenn wir uns da... Ich bin mir, wenn wir uns da... Untertitelung des ZDF, 2020